Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Abel und Gabriel am Start und zwar mit dem Spieltag 2 von der MPBL gegen den guten Bene. Ich schreib dem Bene noch kurz, good luck have fun, good luck have fun. So, Bene gerade, wie lange brauchst du? Ich so, Halla, Halla, jetzt bin ich ja schon da. So, aber eigentlich möchte ich hier oben sein, so, eigentlich möchte ich hier oben sein, so. Oh, Verbindung wird hergestellt, wenn jetzt die Verbindung abbricht, dann kotze ich. So, aber das tut hier nicht, wir jinxen hier nichts. Okay, ich sehe gerade nicht, was Bene das letztes Mon ist. Ah, schau mal, ein Rachi. Ah, das war natürlich wieder super. Jirachi ist sein letztes Mon, dann seht ihr das auch. Jirachi, Primarena, Liberlo, Komo, O, X-Bad und Rotom. Das ist actually das, womit ich gerechnet hab. Ähm, ich hab noch so ein bisschen mit, ich weiß jetzt nicht über was, aber ich hab noch so ein bisschen halt mit, äh, wie heißt das? Ist mit, äh, na wie heißt, Tektas, gerechnet. Aber, äh, ist gut. Und so ein bisschen mit Bishop hab ich auch noch gerechnet. Ähm, aber ist gut, ist gut. Äh, damit kann ich tatsächlich leben. So, mit was leaden wir denn jetzt, ist die Frage. Ähm, oder mit was denken wir, dass er leadet, ist jetzt eigentlich die bessere Frage. Ich denke, er leadet entweder mit X-Bad. Er hat auf jeden Fall keinen Ground-Tab dabei, das heißt eigentlich, Marky ist relativ, relativ free. Ähm, und damit werde ich auch leaden, denke ich mal. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, keine Item-Closs tut natürlich gut. Tut natürlich sehr, sehr gut. Oh, nochmal letztes Mal strecken. Und, äh, ja, wenn jetzt Bene mit Komo leadet und Rocks aufkriegen will, fein. Aber ich denke, dass ein Lead à la, ähm, à la Tornados dann doch, äh, Threatening ist. So, er leadet mit... Okay, das ist schon, das ist jetzt schon cool, wenn die, wenn die, die Rotoms, wenn die Rotoms kicken. Ähm. So, jetzt ist die Frage. Also, Hitze-Koller ist der Play-Auf-Locker nicht. Ich überlege gerade zwischen Volt-Wechsel und E-Licht. Ähm, Volt-Wechsel ist natürlich gut, wenn wir langsamer sind. Wir sind aber relativ schnell. Die Frage ist, will er auswechseln? Wahrscheinlich will er auswechseln. Und deswegen will ich eigentlich auf das E-Licht gehen. Und ich will auch actually drin bleiben. Ähm, das heißt, wenn er in... Klicke, ist das, ist das Komo? Oh mein Gott. Wenn wir dieses Komo hier instantly geburned bekommen, wäre das halt richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist, das ist richtig, richtig, richtig gut. Außer er hat ne, äh, ne, 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 ne? Aber das ist gut. Das ist gut, das gefällt mir. Ähm. Jetzt könnten wir uns natürlich sagen, hey, wir gehen jetzt hier in Umi. Weil wir auch nichts von einem Poison-Jab befürchten. Ich mein, das ist ne richtige Aussage. Ich will aber auch keinen of in Koturi rein. Einfach, weil wir der bessere Pivot sind. Ich hab natürlich Angst vor nem Choice-Backs Draco, der jetzt gedroppt wird. Oder vor nem Choice-Backs Schuppenrasseln. Aber ich glaub nicht. Ich glaub nicht, dass das kommt. Ich glaub nicht, dass das kommt. Von dem her, er geht für die Rocks. Genau. Und er wird jetzt hier wahrscheinlich instantly rausgehen, weil er sagt, okay, äh, okay, er ist Lefties. Er wird jetzt hier wahrscheinlich rausgehen, weil er sagt, okay, ähm, Orkan hab ich jetzt nicht so Bock drauf. Das ist ne sehr, sehr gute, ähm, Möglichkeit, die jetzt hier passiert. Deswegen gehen wir für Katwende. Äh, er hat zwei Rocks aufbekommen, wir nicht. Was ein bisschen problematisch ist, aber das sollte, denke ich, in Ordnung sein. So, in was geht er? Geht er in sein, probably Rachi. Jelly ist, äh, Rachi, ja. Jetzt können wir auch gleich schon mal gorgen. Ist er Choice? Ist er Rocky? Er ist kein Rocky. Ähm, und ich denke, wir gehen hier nochmal sofort zurück in Marky. Ähm, weil wir einfach jetzt schauen können. Ist er Lefties? Er ist Lefties. Lefties, Rachi. Ähm, und er ist Leftovers Como. Ich denke, ich möchte hier sofort auf dem Auflockern gehen. Ähm, wir sind schneller. Gut zu wissen. Sehr, 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 sehr gut zu wissen. Während er wahrscheinlich auf die, auf die Kehrtwende geht. Oder auf das Toxin. Ja. Toxin es ist. Und wir haben hier ehrlich gesagt, wir haben, äh, Vital Glocke auf unserem Selfe. Das heißt, dieses, äh, Toxin hier ist nicht permanent. Weil wir Wege haben, das, äh, loszuwerden. Wir können jetzt natürlich schauen. Er kann, er kann jetzt natürlich sehr, sehr gut auf, ähm, er kann jetzt hier natürlich auch sehr, sehr gut auf, äh, Protect gehen. Wenn er ein Wish Protect Set ist, okay, gut, fein, ähm, ist in Ordnung. Nämlich, ich werde auf jeden Fall jetzt hier für den Volt Wechsel gehen. Wenn er zum Beispiel, ähm, Wish Protect Toxic ist, glaube ich nicht, dass er U-Turn als letzten Move hat. Er will wahrscheinlich irgendwas wie Eisenschädel haben. Ähm, das heißt, er hat Protect. Okay. Gut, wissen wir das auch schon mal. Ähm, er wird hier niemals für die Double Protect gehen. Er wird halt hier entweder für den, äh, Kabel Salat. Ähm, er wird halt hier entweder für den, ähm, für den Wunschtraum gehen. Oder halt hier für den, für den Wunschtraum gehen. Oder halt für den, äh, äh, für den Attacking Move, den er hat. So, äh, aber. Was jetzt hier relativ gut ist, wir haben hier einen Metagross. Wir haben hier einen Metagross, das ist relativ stark. Ähm, das können wir, da können wir jetzt einfach gerade reingehen. Und Toxin macht uns nicht viel. Er gibt für den Wunschtraum. Das ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, in was wir denken, dass er reingehen wird. Weil wir werden jetzt hier... Probably nicht viel reißen können. Eigentlich will ich hier einen Hardswitch in Nosumi machen. Weil er hat keinen Grund hier, äh, großartig rauszugehen. Rina-Chan ist schneller. Ähm, und geht er hier für die Protect. Er geht, er geht raus, geht da in sein Komo. Er geht in Komo. Ah, ne, er geht in, er geht in seinen Rotom. Okay, das ist aber auch in Ordnung. Das ist aber auch in Ordnung. Weil jetzt kriegen wir die Rocks wieder auf. Also, äh, was heißt wieder? Jetzt kriegen wir zum ersten Mal die Rocks auf. Und wenn er uns hier nochmal toxinisieren will, ist das in Ordnung. Wenn er uns hier tricken will, ist das kacke. Aber da gibt's schlimmere Sachen. Da gibt's schlimmere Sachen. Die Rocks aufzubekommen, wäre auf jeden Fall auch schon mal stark. Ähm, okay, wir sind schneller. Wir gehen für die Tarnsteine. Gut. Sehr, sehr nice. Geht er für den Voltwechsel. Er geht für das Ehrlicht. Jetzt überlege ich. Will ich hier an dieser Stelle für die, für die Vitalglocke gehen? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich gehe an der Stelle für die Vitalglocke. Ähm, wir sind schneller. Ich glaube nicht, dass er hier für die, für das Doppel-Ehrlicht geht. Wir kriegen halt auch automatisch das, äh, das Toxin von unserem Rotom-Heat runter. Was sehr, sehr nice ist. Und jetzt kommt der Voltwechsel. Genau. Das ist halt vollkommen in Ordnung. So. Und jetzt haben wir halt, ähm, die Frage, in was er geht. Wir wissen, äh, probably unser Metagross. Wir haben Konzentrator auf unserem, haben wir Konzentrator auf unserem Metagross? Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube, oder? Was ist mit Metagross? Wollen wir kurz, ich muss kurz schauen, was ist mit Metagross? Ich glaube, Metagross hat Konzentrator, oder? Clearbody ist Konzentrator? War, war das, war das das? Ich, ich glaube, Clearbody war Konzentrator. Ähm, Ähm, also ich glaube, Metagross hat ja auf jeden Fall Konzentrator und, äh, er hat nur zwei Fähigkeiten. Ja, das ist Konzentrator. Das ist Konzentrator. Das heißt, er kann uns auch nicht flinschen, glaube ich. Oder? Oder ist das das? Nee. Doch, er kann uns flinschen. Was ist Konzentrator auf Englisch? Ja, ich weiß, egal. Egal. Ähm, inner Focus, inner Focus, inner Focus war's. Genau. Inner Focus. Ähm, Aber ja, na, ist gut. Das ist, also momentan sieht's gar nicht mal so bad aus. Momentan sieht's gar nicht mal so bad aus. Ich, mach mal hier ein bisschen drüber. Er geht in Rachi. Ähm, ich werde hier einfach auf die U-Turn gehen. Ähm, dass wir U-Turn haben, wird ihm sowieso bewusst sein. Wir sollten schneller sein. Ähm, wir haben keinen nicht zu hart switchen. Und, ja. Also, das ist halt, äh, ja, hab ich, hab ich kein Problem. Hab ich definitiv kein Problem. So, dann gehen wir raus in unser Metagross wieder. So, das heißt, wir haben jetzt hier relativ, äh, wenig, ähm, Schaden in Metagross zu gehen, weil halt, ja, hier kommt der Wunschtaum. Das ist halt in Ordnung. Äh, und jetzt müssen wir halt schauen. Geht da, bleibt da hier drin? Geht da raus? Was mache? Das ist halt jetzt hier die Frage, die wir uns stellen müssen. Hm. Ich glaube, ich bleib einfach drin und geh erstmal hier auf einen Zen Headbutt. Ähm, ich möchte jetzt einfach mal schauen, in was geht er? Vielleicht geht er ja in sein, einen, also wenn er halt nochmal den gleichen Play macht, dann ist das in Ordnung. Hab ich jetzt wenig Probleme mit, ähm, weil wir haben unseren, wir haben unseren Vorteil von diesem Rotom Moe Play schon gezogen. und wir können auch erstmal schauen, wie der Damage aussieht. Sein Headbutt, ist es defensiv? Was ist das für ein Rotom? Das sieht mir sehr, sehr defensiv aus. Er haltet wieder full. Und, ja, jetzt ist halt die Sache, er kann halt hier komplett free Volt wechseln, was mir halt überhaupt nicht gefällt. Honestly, ich glaube, ich gehe einfach nochmal auf den Zen Headbutt. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen dämlich, aber wir müssen halt hier irgendwas machen, ansonsten stecken wir hier in einer Loop. Ja, und wenn ihr hier auf den Volt wechselt, ist das actually huch. Huch. Hallo? Ist es? Hallo? Hallo? Switch? ist hier gerade einfach nur die Switch abgeraucht oder was ist hier gerade passiert? Hä? Einen Moment. Nee, 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 nee. Die Verbindung ist noch da. Also die Switch ist noch, die Switch ist noch live. Die Frage ist, was, warum habe ich hier kein Signal mehr? Ähm, schwierig jetzt, Leute. Schwierig jetzt. Schwierig jetzt. Ähm. Ah. Ja gut. So, ähm, haben wir es halt hier jetzt nochmal. Jetzt, anderes, anderes Signal. Meine Güte. Passiert. Ähm, man ist ja nicht, äh, man ist ja jetzt hier nicht von, ne, von früher. So. Ähm, wie viel Schaden haben wir bekommen, das wissen wir halt jetzt nicht. Meine Kamera ist auch gerade irgendwas los. Es ist heute irgendwie, die Technik, die Technik ist heute nicht so auf meiner Seite. Ähm, wir können halt hier jetzt gerade sehr, sehr entspannt auf, auf Erdbeben gehen. Sehr, sehr entspannt auf Erdbeben gehen. Ähm, und dem Raji unglaublich guten Schaden machen. Wirklich sehr, sehr guten Schaden machen, während er auf Wunschtraum geht. Und jetzt sind wir halt in der Position, wo wir sagen, okay, was machen wir? Ähm, wollen wir das Raji weiterhin pressuren? Wollen wir das, ähm, Rotom weiterhin pressuren? Ich denke, was wir machen, ist, wir gehen hier in unser Rotom Heat rein. Ähm, weil unser Rotom Heat halt, er wird auf jeden Fall hier protecten oder rausgehen. Und unser Rotom Heat, ähm, fängt irgendwo beide ab und er entscheidet sich mit seinem Jelly für den, äh, für das Schutzschild zu gehen. Das ist vollkommen in Ordnung von meiner Seite aus. Äh, wir müssen halt jetzt verhindern, dass wir, ähm, so großartig was gegen das, äh, Rotom verlieren. Ich überlege hier gerade, ob ich auf den Volt wechsle oder auf das Ehrlicht gehen will. Ich denke, Ehrlicht ist hier die konsistentere, ähm, der konsistentere Attack. Weil wir, wenn er damit jetzt hier in Raj drin bleibt, um nochmal einen Wish hochzukriegen, weil wir damit einfach, ähm, konstanten Damage kriegen. Ich sehe keine Healbell in seinem Team. Aber ist natürlich ein schlechter Play, wenn er sich jetzt, wenn er jetzt zurück in sein, äh, Komoh gehen will. Allerdings, wenn er in sein Komoh gehen will, können wir relativ einfach in unser Asu raus und können ihn mit Asu pressuren, was auch sehr, sehr gut ist. Von dem her appreciate ich das. Ähm, er bleibt drin. Wir treffen uns, Ehrlicht, das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und die Frage ist, geht er jetzt nochmal hier für den Toxin? Geht er hier nochmal? Er geht für das Toxin. Und er misst. Das ist natürlich unglaublich schlecht für ihn und unglaublich gut für uns. Ähm, weil wir haben jetzt natürlich for free seine, seine Lefties ausgecancelt. Ne? So. Wir gehen für den Vault-Wechsel hier an der Stelle. Das macht guten Schaden, actually. Macht actually sehr, sehr guten Schaden. Und jetzt ist halt die Frage, was wir hier machen. Ich denke, wir gehen hier actually in Koturi. Ähm, weil wenn er hier nochmal auf den Toxin gehen will, ist Koturi definitiv das auf, äh, Dasmon, auf, äh, dem es uns am wenigsten stört. Und mit Orkan können wir auf jeden Fall, ähm, Threatenen, ähm, dass wir hier eventuell einen Kill bekommen auf dem, auf dem Rotom Mo. Äh, von dem her nehme ich das. Von dem her nehme ich das. Ähm, die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle ist, gehen wir für Kehrtwende oder gehen wir für den Orkan? Ähm, wir können jetzt hier für die Kehrtwende gehen und, ähm, kriegen hier in erster Linie nochmal, ähm, okay, einen Chip auf dem Rotom, kriegen halt die Switch Initiative, verlieren die nicht, was, äh, sehr, sehr wichtig ist. Und auf dem Rotom Mo können wir halt dann nochmal Volt wechseln, nochmal Hitzekoller drücken, was auch immer. Und, äh, können damit dann guten Chip generieren. Ich denke, das Momentum ist hier auf jeden Fall der sichere Play, weil wenn wir hier Orkan drücken und er Toxin drückt, dann verlieren wir einfach zu viel. Ähm, wir wissen halt nicht, was der letzte Move ist auf diesem, äh, Rachi. Aber der Toxin-Miss hat uns unglaublich großes Momentum gebracht und das müssen wir jetzt, das müssen wir jetzt, ähm, ausnutzen, so gut es geht. Ich weiß, ähm, die Finster Aura haben wir auf dem Tornadus, aber die Finster Aura macht nur 30% Max Damage auf einem speziell defensiven Jirachi und das scheint mir hier sehr, sehr stark ein speziell defensives Jirachi zu sein. Er geht direkt raus. Er geht in Neuwein, das ist sein X-Bud. Okay. Das ist in Ordnung, weil jetzt kriegen wir halt nochmal Switch, die gute Switch-Initiative und können halt hier ohne Probleme jetzt nochmal in Rotom, äh, Rotom Heat gehen. So, ähm, er kann uns halt mit nichts ausknocken, selbst wenn er Bandit ist. Er ist Black Sludge, das schreiben wir uns sofort auf. Und, äh, ich denke hier nochmal auf ihr Licht zu gehen wäre ein Troll. Also absoluter Troll. Ich denke, er wird für Jutern gehen und wird halt versuchen jetzt irgendwie langsam, aber sicher seine Switch-Initiative wieder zurückzubekommen. Ähm, aber das ist halt nicht leicht. Das ist halt nicht leicht in seiner Position gerade. Vor allem, weil wir jetzt gerade mit Metagross immer Media Mesh drücken können, weil wir wissen, sein Rotom Mo überlebt das nicht. Sein Rotom Mo überlebt das nicht. Sein einziger Weg, wie er gerade Rotom Mo reinbekommt, ist, okay, wird gut, natürlich auflockern, äh, auch eine sehr, sehr gute Art und Weise. Ähm, so Voltwechsel macht guten Schaden. Actually, sehr, sehr guten Schaden. So. Und was wir jetzt hier machen können, ist, wir können tatsächlich wieder direkt in Nozomi zurück. Ähm, warum gehe ich jetzt hier in Nozomi? Ähm, ich will hier Psykiken. Warum will ich hier Psykiken? Ähm, okay, er geht actually für den Sturzflug. Ähm, weil ich denke, dass unser Nozomi, ähm, in einer sehr, sehr guten Position ist, ja, ähm, dass wir hier, ähm, dieses X-Bad rauskriegen. Wir kriegen das X-Bad auch direkt down. Er will sich die, er will sich halt die Initiative wieder zurückholen, was ich sehr, sehr gut verstehen kann, weil er die halt komplett verloren hat. Und damit, äh, gehen wir aber in die, in die Führung jetzt, ähm, was das angeht. Er kann halt jetzt in Primarene gehen. Primarene, unglaublich starkes Pokémon. Ähm, ja, aber das Ding ist, ich denke, damit bin ich in Ordnung und, äh, gehe jetzt hier einfach mal für die Tarnsteine und versuche mir hier, ähm, mit den Tarnsteinen mal, ähm, also die Tarnsteine wieder hochzubringen und im Endeffekt trade ich Juxi gegen Tarnsteine plus sein, ähm, Drawback, was vollkommen in Ordnung ist, was vollkommen in Ordnung ist. Klar, wir verlieren die Vitalglocke, ähm, was natürlich, ähm, sehr, sehr schlecht ist, aber ich denke, das ist in Ordnung, das sollte in Ordnung sein und wir sehen halt, wir sehen, er ist nicht Scarf und ich weiß halt nicht, ob er jetzt hier Specs ist. So. Ähm. Wir nehmen uns mal hier die Zeit und machen hier, ähm, Juxi gegen Primarina. Ja, das killt uns halt auch so oder so. Das ist halt momentan das Problem. Ähm, was wir hier gerade facen. Ähm. So. Okay, wir wissen, okay, okay, das klingt vielleicht dumm, aber wir wissen, er ist nicht Scarf. Das heißt, in Rotom zu gehen und einfach Voltwechsel zu drücken, ist ein Play, der guten Damage macht, kein Risiko hat, uns immer Momentum beibehält. Also, ich sehe hier gerade keinen Drawback. Ich habe überlegt, ob ich jetzt einfach in unser, ähm, oh, das könnte AV sein, das könnte actually AV sein. Ich habe überlegt, ob ich jetzt actually in unser Soldier Game gehe, aber ich denke, mit diesem Wissen gehe ich tatsächlich in Koturi, weil das, das ist AV, das ist AV. Und jetzt wird halt probably Moonblast kommen. Er geht actually für das Siedewasser, okay. Macht guten Schaden. Wirklich sehr, sehr guten Schaden. Hm. Will ich ja unser Tornadus schon abwerfen. Es ist halt AV. Es ist halt AV Primarene. Er hat keinen Drawback, jetzt hier für einen Moonblast zu gehen. Mittagross ist halt so ein unglaublich starkes Pokémon gerade. Ähm, ich überlege halt gerade, was ist das? Maki ist halt auch so unglaublich stark gerade. Im Moment. Ich denke, Orkan ist tatsächlich unser Play. Ähm, ich denke, wir opfern, wir verfehlen. Schade. Schade. An der Stelle. Ähm. Hm. Aber das ist halt Tornadus, ne? Das ist halt Tornadus. So, jetzt müssen wir halt überlegen, in was gehen wir und ich denke, ich denke, Metagross ist hier unser Play und wir gehen hier einfach auf den Donnerschlag. Ich denke, das ist jetzt hier unser bester Play. Wenn er in sein Rotom Mo geht, sollte das trotzdem genug Chip Damage sein, dass wir mit einem Zen Headbutt ausknocken. Yes, let's go. Okay, okay, alles klar. Und ich denke, dass, ähm, ich denke, dass unser Rotom Heat mehr Wert für uns hat als unser Torn T gerade im Moment. Das klingt ein bisschen komisch. Ähm, er kommt halt auch drauf an, was er jetzt gerade für ein Lieberlosset fährt und so weiter. Es kommt auf viele Faktoren an. Ähm, aber dadurch, dass das Komo geburned ist, denke ich, wir müssen das Komo nicht outspeeden, ähm, weil wir Asu haben. Wir haben Asu in the back, max HP, ähm, das sollte das Komo handeln und außerhalb vom Komo haben wir ein schlechtes Matchup gegen Lieberlo, weil wir nicht KO'n und zurück KO'n werden. Ähm, ein okayes Matchup gegen Rachi, aber nicht wirklich ein gutes, aber wo Rotom hervorragendes Matchup hat. Rotom Mo an sich ist auch kein gutes Matchup, das wir suchen. Ich denke, das ist in Ordnung. Ich denke, das ist actually in Ordnung. Ähm, das war unser bestes Sack. Vor allem, weil wir halt unser Quappo noch haben wollen. Hat ein gutes Matchup gegen das Lieberlo, hat ein okayes Matchup gegen das Rachi. Timo Werner, ist es das Lieberlo? Ist es das Lieberlo? Ähm, Das Ding ist, der Pyro Ball killt uns nicht. Der Pyro Ball killt uns nicht. Oh mein Gott, er misst. Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das, ah, das ist Sack. Das ist, oh nein! Nein! Okay, das Ding ist, wenn er, ich hab die, den Rocks Damage zu spät gesehen, wenn er Bandit ist und trifft, ja, ähm, dann ist over, dann ist over, dann, das Metacross überlebt das nicht. Ähm, Bandit, starker ist für mich. Äh, hier gehen wir natürlich in unsere Markie. Dieses Rotom wird auf jeden Fall noch ein Problem werden, auf alle Fälle, auf alle, alle, alle Fälle. Ähm, aber hier halt in Rotom zu gehen, ist immer der Play. Immer der Play. Er geht auf das Ehrlicht, ähm, Ich überlege halt gerade, ob ich hier für Volt wechsel oder Hitzekoller gehe. Ähm, ich denke, Hitzekoller ist hier der bessere Player. Wird zwar in Komo gehen, aber es ist ein No-Draw-Black, Drop-Black, Drop-Back-Play für mich, ähm, eigentlich hier für den Hitzekoller zu gehen, weil bei Komo können wir immer rauswechseln. Wir haben einen Safe-Switch in Asu. Ähm, wie gesagt, Komo und Jirachi sind burned. Das war, das war richtig. Das war Scheiße. Das war Scheiße. Das war, ähm, Match-entscheidend. Das war Match-entscheidend gerade. Bin gespannt, ob er wirklich, ähm, Bandit war oder nicht. Aber ja, das war stark. Das war wirklich, wirklich Scheiße und stark. Gut, jetzt kommt halt hier das Komo wieder rein. Wir kommen hier mit dem Hitzekoller. Und machen unglaublich guten Schaden. Holy shit, ist das offensive? Nee, Leftovers. Ist, das ist probably first step. Das ist probably first step. Ähm, vor allem Rocks auf einem offensiven wäre weird. Äh, ich will auf jeden Fall wissen, ob wir schneller sind, deswegen gehe ich einmal für den Volt-Wechsel. hier an der Stelle. Wir sind schneller. Das heißt, ja, er ist auf jeden Fall defensiv. Er ist auf jeden Fall defensiv. War das ein Crit? Habe ich den Crit nicht gesehen gerade? Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, wir haben hier im Endeffekt nur einen Play und das ist der Play in Aso zu gehen. Wenn er jetzt hier Toxin drückt, er geht für Drachentanz. Okay. Okay. Das ist natürlich auch stark. Das ist natürlich auch stark. Ähm, Dragonlance-Komo hier. Mit Lefties, mit Lefties. Aber, zum Glück haben wir hier den Burn, das heißt, er wird nicht sonderlich viel machen. Äh, was unser Saving Grace ist, kind of. Ich meine, er kann halt jetzt hier für den Gift-Heap gehen. Das wird guten Schaden machen. Ähm, er geht für den Donnerschlag sogar. Donnerschlag, nicht so schlimm wie Gift-Heap. To be fair. Das war, ah, das war ein Crit. Okay, ich verstehe. Äh, Knuddler kommt, trifft. Damit ist das Ding auch down. Und ich denke, damit ist es over für ihn. Ähm, ja, damit sollte das eigentlich over sein. Ähm, war es vorher auch schon. der Sinderace, also, der Sinderace halt wirklich gar nichts gemacht hat, obwohl es eins der besten Mons gegen mich ist. Es ist halt schlecht. Wirklich schlecht. Wirklich, wirklich schlecht. Ähm, und wir gehen halt hier immer safe in Marky, drücken den Hitzekoller und sind dann in einer guten Position. Ähm, wir preserven halt natürlich den Score, so gut es geht. Also, das ist natürlich, ja. Gut, Light Tyler ist natürlich auch normal. Ähm, bringt ihn nochmal gut hoch. Wirklich gut, gut hoch. Aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das noch helfen kann. Weil jetzt kommt halt der Hitzekoller, er muss entweder das Rachi abwerfen oder halt das Rotom. Und, äh, Hitzekoller kommt, ja, der wird das Rotom mitnehmen. Ja, wird das Rotom mitnehmen. Und damit ist jetzt nur noch das Rachi und das Rachi kann dem, äh, kann dem Metagross nichts. Das ist halt, ja, der Pyro Ball, der Pyro Ball hat wirklich sehr, sehr viel ausgemacht. Ich, da, da war ich, das war immer auswechseln. Auswechsel in Quappo war immer der Play in der Stelle und ich hab einfach nicht aufgepasst. Ich hab einfach nicht aufgepasst. Ich hab einfach Tasten gedrückt. Einfach Tasten gedrückt und dann, ähm, ja, das war, also in dem Fall lucky für mich, dass einfach, äh, Hirn aus, Leitung tot, weißt du? Und einfach nur dumm Tasten drücken und lucky sein. Also, das regt mich jetzt auf. Das, das tiltet mich jetzt schon ein bisschen. Ähm, vor allem, als ich dann den, ich hab jetzt hier gerade gesehen, wisst ihr, in dem Moment hab ich halt nachgeschaut so, gekelkt, hab gesehen, oh, ja, äh, hier Metagross, äh, 103% mit EQ, alter geil, ich kill, hab dann, außer ich werd geburned, schnell gedrückt auf EQ, bis ich dann gesehen hab, in dem Moment, wo ich drauf gedrückt hab, oh, warte mal, der hat ja Schaden, der hat ja Rocks Schaden genommen. Ähm, das Ding ist, jetzt kommt halt natürlich drauf an, war Life Up, war nicht Life Up, Life Up hätten wir actually, zu einem sehr, sehr großen, äh, zu einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit getankt. Ähm, ja, kommt natürlich auch oft drauf an, was er hier mit dem Rachi für ein Set fährt, aber ich denke nicht, dass er hier irgendwas machen kann, ich denke nicht, dass er, also nicht gegen das Metagross, nicht wenn er geburned ist, ähm, klar, das Early Game war von mir super gespielt, also das muss man jetzt gar nicht, ähm, aber dass das Mid Game und das Late Game halt so einseitig ist, das war, das war, das war nicht wert für den Kampf, das war nicht wert für den Kampf. Ja, und vor allem, wir killen hier auch noch das Rachi und damit ist es GG. Äh, 4-0, das war nicht das Match, was ich haben wollte, das war auch nicht das Match, was Bene wahrscheinlich haben wollte, war trotzdem ein guter Kampf, bis, also es war wirklich ein sehr, sehr guter Kampf, bis zu dem Moment, wo das mit Cinderace passiert ist. Ihr werdet bei Bene sehen, ähm, was er genau für ein Cinderace-Set war, war Live Orb, war, Bandit, bei Bandit war der Mist huge, bei, ähm, Non-Bandit war der Mist immer noch sehr, sehr relevant, weil, äh, wie gesagt, ist ne Roll, obwohl, oh, warte mal, warte mal, das ist ja gar nicht mein defensives Investment, was, was war denn mein defensives Investment? Ich hab kein defensives Investment. Ähm, ja doch, das ist die Roll. Ansonsten wäre das halt bei 200, lass mich kurz nachkalken, 210 HP, wäre das, ähm, 37,5% Chance, dass es mich killt, bei einem Live Orb, bei einem Bandit immer, 100%. Ja, schade. Ähm, gut, aber dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ähm, beim dritten Spieltag dann. Ich bin auch bei euch fürs Zusehen und bis denne, haut's rein und tschö. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020